Namaste und schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ich bin Daniel Janang und ich freue mich, dich auf meinem YouTube-Kanal begrüßen zu können. Heute ist Sonntag und jetzt möchte ich gerne über den Vollmond sprechen im Widder und die zwei Portal-Tage, die jetzt auch nächste Woche noch kommen. Und die Energie ist nach meinem Empfinden und ich lese das auch in den YouTube-Kommentaren. Also wirklich wie eine Schleuder. Wirklich wie eine Schleuder. Ich war gestern mit Freundinnen Mittagsessen und wir mussten leider draußen sitzen, weil wir nicht rein dürften. Und da ging es mir noch richtig gut. Wir waren noch ein bisschen spazieren in der Natur. Da ging es mir auch noch immer richtig gut. Und dann kam ich zu Hause an und auf einmal brach mein ganzes System zusammen und ich musste nur noch im Bett liegen und konnte nichts mehr machen und hatte eine Welle von Grippeerscheinungen durch den ganzen Körper. Und dann habe ich Erzengel Raphael gebeten in der Nacht, bitte seine Heilfrequenzen mir zu schicken, damit ich den nächsten Tag wieder fit bin. Sprich heute, um das Video zu machen, was ich ja schon gestern machen wollte. Und jetzt geht es auch wieder. So und das sind auch die Energien, die jetzt wirklich mindestens 14 Tage wirbeln. Und witzigerweise habe ich heute, ich hatte heute morgen mal zwei Karten gezogen, ja. Und was habe ich genau das gezogen? Und darüber spreche ich auch gleich. Sanjama, pure Transformation und Krishna, die reine Freude. Und die beiden, ja, sind gerade hier in einem ganz großen Konflikt. Aber richtig. Ja, was kommt auf uns zu? Ich habe, glaube ich, geschrieben schon in dem Community-Bereich, dass ich die Energien schon spüre. Manche spüren sie ja vorher, manche erst nachher, manche auf den Punkt genau, ja. Jeder ganz anders, die Frequenzen. Und wir haben ein Mars-Pluto-Quadrat und zwei Portaltage. Am 20. ist der Vollmond und die Portaltage sind genau, jetzt muss ich noch mal gucken, warte mal, 20. und 21. Also genau auch mit dem Vollmond. Und dieser Vollmond ist im Widder. Und der Widder ist ja die stürmische Kraft, die Kraft des Durchbruchs. Und als ich heute Morgen in die Meditation gegangen bin und gesagt habe, bitte, liebe geistige Welt, zeigt mir, welche Energien auf uns zukommen. Da hieß es wirklich Durchbruch, Aufbruch, Umbruch, alles in diesen Facetten. Und sicherlich können viele von euch das auch selbst im eigenen Leben spüren. Also zuerst einmal geht es wirklich darum, dass wir, das merke ich sogar in meinem eigenen Leben, in ein riesiges Feld von Mut geschoben werden, ja. Der Widder steht ja für mutig sein, für vorausgehend, für Pionier sein, für Durchsetzungskraft. Und es kam dann gleich, nimm deine Kraft an, nimm deine Kraft an und sei jetzt ganz mutig. Und da gibt es so ein schönes Sprichwort, also ich habe ein bisschen ein paar Notizen gemacht, nicht wundern, ja. Es gibt ein schönes Sprichwort, nimm dein Leben selbst in die Hand, denn wenn du es nicht in die Hand nimmst und die wichtigen Entscheidungen, die anstehen und die vor dir stehen und die du eigentlich siehst, aber nicht treffen kannst aus den verschiedensten Ängsten heraus oder so, geh dort durch, triff deine Entscheidungen, weil wenn du es nicht tust, dann wird das das Leben für dich jetzt tun. Und in meinem Umfeld habe ich das sogar schon gehört, dass das Leben Entscheidungen getroffen hat und ja, wie aus dem Nichts. Ich habe das schon in meinem letzten Video vorher beschrieben und genauso wird das jetzt auch nochmal sein. Es wird so sein, dass wir wirklich durch unsere tiefsten Ängste gehen werden. Also tiefste seelische, ganz tiefe seelische Ängste und alte Verletzungen und alter Schmerz kommt nochmal hoch. Und es kann sein, nicht geliebt sein, nicht versorgt sein, nicht anerkannt sein, es können also verschiedene alte Ängste sein, aber wir werden wirklich ganz tief nochmal in unserer Seele berührt. Und dann kommt diese Maßkraft, ja, und schiebt dich und sagt, okay, geh da jetzt durch und triff jetzt die Entscheidung, triff auch die Entscheidung, die eigentlich schon vor dir stehen und die du schon siehst und aus verschiedensten Gründen, Abhängigkeit oder was auch immer, noch nicht für dich getroffen hast. Und ich kann es so gut nachfühlen, ja, weil auch auf mich jetzt eine Entscheidung wartet und die steht auch vor mir und ich, okay, ich muss die jetzt treffen. Es hilft nichts und muss da selber jetzt auch durchgehen und ich bin ja wieder Aszendentkrebs, das heißt, ich kriege natürlich die Unterstützung richtig schön und dann wird das gar nicht mehr so schwer sein. Also dieser Vollmond, ja, der schließt ja die letzten 14 Tage ab, die wir jetzt hatten und für viele waren die schon sehr transformativ. Es wird wirklich dazu kommen, dass wir spüren mit diesen Ängsten in uns, dass auch dahinter die Sehnsucht steht, diese Sehnsucht und das ist das Schöne, was jetzt kommen wird. Diese Sehnsüchte brechen förmlich auf. Ich möchte frei sein, ja, oder ich möchte aus dieser Partnerschaft raus oder ich möchte aus diesem Job raus oder ich möchte jetzt wirklich umziehen. Das wird auch ein Thema sein für einige, ja, und das bricht jetzt wirklich aus uns heraus. Und es kann sein, dass das wirklich dieser Tränenschwall kommt, ja, und dann ist das erlöst und ist da und eigentlich ist die Energie da jetzt, um vorwärts zu gehen, ja. Also die Wahrheit wird immer stärker aufbrechen und ich habe so den Satz bekommen, die Wahrheit Gottes kommt jetzt hoch, ja, und das auch kollektiv. Und mit dieser Maßkraft, mit diesem Widder, der jetzt nächste Woche in diesem Vollmond ist, kommt natürlich auch, kommen schnelle Reaktionen, ja, kommt so eine schnelle Verletzlichkeit und der Druck wird auch kollektiv und allgemein immer größer. Ihr seht das ja an den Schumann-Frequenzen, ja, die ständig dann ausschlagen und die auch mich immer wieder, zack, einmal oben legen und dann stehe ich wieder auf wie so ein Stehaufmännchen. Und das geht jetzt übrigens auch wirklich immer schneller. Die Energiewellen kommen auf die Erde, strömen in den Körper rein. Es gibt eine Reinigung, einen Reinigungsprozess und relativ schnell erholt sich der Körper wieder, weil er die Lichtfrequenzen immer schneller aufnehmen kann. Wir sind das ja mittlerweile schon gewohnt seit zwei, drei Jahren und natürlich wird auch das immer intensiver werden. Und so nehme ich das auch in meinem Körper wahr, dass ich von 0 auf 100 flach liege, von 0 auf 100 und mir natürlich die Zeit gebe und gönne und sage, gut, alles ausmachen, keine E-Mails, keine SMS und so weiter und so fort. Und dann erholt sich der Körper relativ schnell, hat das Ganze gut verarbeitet und ist relativ schnell wieder fit. Ja, und ich komme jetzt nochmal auf diesen Druck, der natürlich auf der Erde zunehmen wird und das werden auch immer mehr Menschen im Außen zeigen. Das kann eine sehr explosive Energie sein und werden bis Ende Oktober, Anfang November. Ja, eine sehr explosive Energie. Und es kann also sein, dass wirklich auf den Straßen sehr, sehr viel passiert und so ist das ja auch. Es passiert ja schon auf den Straßen sehr, sehr viel. Also es möchte wirklich durchbrechen, die alte Energie möchte durchbrechen und das macht sie auch. Die Erde ist am Ende angekommen, der dritten Dichte am Ende angekommen, wie in einem Durchbruch und wird sich jetzt auch ihren Weg richtig bahnen und das sehen wir auch an den Vulkanausbrüchen, die da sind. Und viel, was dann auch durchkam, das war auch wirklich schön, mit diesem Durchbruch und Umbruch wartet sehr viel Neues auf uns. Es gibt so kollektive Bewusstseinsströme, die sich noch anbinden an das alte System, an die alte Matrix und darauf warten, dass also mit einer neuen Bundesregierung Neues jetzt auf den Weg gebracht wird. Ja, dann aber, wenn ich da rein spüre und reinschaue in die Zeitlinie, das relativ schnell wieder nach unten abflaut und energetisch gar keine Energie mehr da ist dafür. Also all dieser Schein, all diese Lügen sind für diese Gruppe von Menschen noch nicht sichtbar. Ja, aber es wird im nächsten Jahr sehr aufbrechen und sichtbar werden. Und dann gibt es so eine andere kollektive Gruppe, die wie in so einer, ja wie soll ich das sagen, wie in so einer Warteschleife, nehme ich das wahr, sind. Und darauf warten, dass etwas geschieht, aber der Prozess ist so intensiv in uns. Und da höre ich jetzt gerade, fehlt eigentlich nur noch so die Ausrichtung. Ja, die hundertprozentige Ausrichtung. Auch das bewegt sich dann ganz intensiv. Also viel, viel Neues wartet auf uns und dieses Neue wird reinfließen, wenn dieser Umbruch und Durchbruch geschehen ist und die Entscheidungen getroffen sind. Und dann wird das Neue und dieser Mut, dieser Mut, der uns jetzt gebracht wird mit dem Widdervollmond, auch genommen wird, ja. Also nimm den Mut, also nimm richtig den Mut. Sage wirklich, ich bin mutig, ich bin mutig, ich bin mutig, ja. Immer wieder, ich bin mutig. Und Elmoria ist ja auch für den Mut da Interessantes auch und auch Erzengel Michael Interessantes. Ich hatte einen Impuls und dachte, ach, heute möchtest du was Blaues anziehen. So, und dann hatte ich das irgendwie nicht in meinem Schrank gefunden und hatte ein roséfarbenes Shirt an und schaue nochmal und denke, was ist da denn? Da sind ja lauter Flecke drauf, das ist ja komisch. Und musste mich umziehen und siehe da und auf einmal war das Blaue da. Und das Blaue stärkt mich persönlich ja auch wirklich immer sehr. Ja, es gibt mir sehr viel Kraft und das ist für mich auch immer Erzengel Michael und Elmoria, die uns jetzt wirklich den Mut geben. Ruf sie herbei. Bitte siehe darum, dass sie dir den Mut geben. Es sind viele Neuanfänge, die kommen. Es sind Neuanfänge in den Berufen, die jetzt durch diesen Schritt sich zeigen werden. Also wirklich springe hinein und damit wird auch eine neue Lebendigkeit kommen. Eine neue innere Lebendigkeit, die fühlbar sein wird für jeweils den jeweiligen, ja, für diejenigen, die dort durchgehen. Das ist richtig schön mit dieser neuen Lebendigkeit. Das nächste, wozu wir jetzt aufgerufen werden auch, ja, das ist also mit diesen, mit dieser Tiefe in der Seele, in der wir jetzt nochmal hineingebracht werden, Inventur zu machen. Also mache deine Inventur und es ist eine sehr gute Zeit dafür, aufzuräumen, umzuräumen, sich bereit zu machen und mit dieser Inventur sozusagen das Neue hereinzulassen. Es ist wirklich ein sehr großes Feld, dieses Neue, was da auf uns wartet. Und jetzt, und ich jetzt höre euch auch gerade nochmal, dreh dich nicht mehr um, also dreh dich nicht mehr um. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, ja, sich nicht mehr umzudrehen. Ja, jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf die Erde, ja. Also dieser Vollmond wird viele von uns befreien. Wirklich befreien von Altem. Und es kann sich, so wie mir es gerade ging, ich habe hier so ein bisschen das Notizen gemacht und irgendwie ist alles durcheinander. Und genau das ist auch diese Energie. Aber es ordnet sich, es ordnet sich, es wird sich ordnen. Es kommt in einen natürlichen Fluss und in eine natürliche Ordnung. Und mit dieser natürlichen Ordnung wird es natürlich auch so sein, dass die, also kollektiv die Menschen, das ist wirklich groß im morphischen Feld, dass die Menschen mit dem Druck nicht mehr umgehen können, dass sie nicht mehr wissen, wenn der Widerstand noch zu groß ist, ja. Wenn, jetzt kommt gleich der Atem, wenn der Atem nicht fließt, das Loslassen, das Alten nicht da ist. Und wir müssen wirklich alles Alte loslassen. Alles Alte, was wir jemals dachten, dass das richtig oder falsch ist, müssen wir loslassen. Und dieser Druck wird natürlich zunehmen und viele Menschen kommen mit diesem Druck nicht klar. Und es wird sich also viel entladen, sehr, sehr viel entladen. Und dieses Entladen wiederum ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass das jetzt wirklich der Keller aufgeräumt wird. Ja, okay. Ich habe dann auch gehört, genau, also die Erde bricht auf in das Neue. Und was auch dabei sichtbar wird, das ist auch nochmal ganz wichtig jetzt, dass Generationskonflikte sichtbar werden. Und Generationskonflikte insofern, dass auf der einen Seite Altes gehalten und getragen wird, auf der anderen Seite Neues entstehen möchte und auch gelebt werden möchte. Und dass da ein Verständnis, dass da eine Brücke darüber entsteht, dass sozusagen auch das Wertvolle aus dem Alten, menschliche Werte, die wichtig sind für unsere neue Gesellschaft, denn wir wollen ja die neue Gesellschaft auf oder zurückführen in menschliche Werte, in Werte von Miteinander-Dasein, von Mitgefühl, von Verständnis, von Gemeinsamkeit, von Hilfe. All das sozusagen möchte mit rüberkommen in das Neue und in das Neue integriert werden. Und das Neue wiederum sind vollkommen neue Ansätze in der Beziehung, in der Partnerschaft, neue Ansätze in der Begleitung von Kindern, neue Ansätze in dem Denken, nicht mehr in Konkurrenz zu gehen in der Wirtschaft, sondern in eine Kooperation hinein. Dieses Neue steht da und wartet darauf und hat sich übrigens auch aus diesen letzten zwei Jahren schon entwickelt und zeigt sich schon. Aber es ist noch sehr wenig, aber es wird mehr werden. Ja, genau, das sind die Generationskonflikte, die jetzt nochmal sichtbar werden. Und ich mache ein separates Video zu der Beziehungsebene, die mir auch so am Herzen liegt. Das werde ich jetzt noch fertig machen. Da freue ich mich auch ganz doll drauf. Und jetzt bin ich eigentlich durch mit den Informationen zu diesem Vollmond. Ja, ich bin so dankbar dafür, dass wir uns online so treffen auf diesem YouTube-Kanal hier. Und ich bin so dankbar auch für die vielen schönen Kommentare und das, was ihr mit einbringt, das ist total schön. Ich lese das dann auch und denke, aha, okay, ich lerne da ja auch ständig dazu oder ich bin ja auch nicht perfekt. Also ganz viel sozusagen sehe ich, was dort steht und denke, ach, das ist ja auch interessant. Also es ist schön, deswegen habe ich auch die Kommentarspalte noch gar nicht ausgemacht. Es gab auch andere, viele Kommentare. Es ist schön, dass das so gemeinsam auch wächst. Ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Ohne euch, ohne dem würde es gar nicht sein. Das ist wie in der Wirtschaft, ja, wenn das Management, die Unternehmensleitung oder je nachdem, wer die Firma aufgebaut hat, nicht versteht, dass nicht nur der Kopf da ist, sondern auch der ganze Körper. Alle, die damit dazu beitragen, dass das eine Ganzheit ist, auch das wird sich so ändern jetzt in dem neuen System, was wir aufbauen, in dieser neuen Erde, was wir aufbauen, dass es ein, das ist eine, dass jeder, wie auf so einem neuen, schönen Feld, jeder für sich einbringt, sein Wissen und sein Potenzial für das Gemeinwohl, um zu wissen, wir machen das hier für das Gemeinwohl. Ja, viele Gruppen treffen sich jetzt auch gerade mehr und mehr und lösen sich von diesem ganzen C-Thema und bringen genau darin schon ihre Gemeinsamkeiten ein. Das wird die vielen kleinen Gruppen, die jetzt entstehen, ja, und die, die sich da verbinden und die darin übrigens auch ihre Potenziale erkennen, nochmal fühlen, ach, das bin ich, das liebe ich, genau das möchte ich machen, das interessiert mich und das kann ich auch anderen Menschen geben. Diesen, die Werte einzubringen, dass wir aus dieser Nehmergesellschaft rauskommen, wieder zurück in dieses, was kann ich einbringen und geben. Das sind die menschlichen Werte, die wir wieder einbringen wollen, die wir wieder leben wollen in dieser neuen Gesellschaft. Und da kommt die Freude zurück, höre ich jetzt gerade, da kommt hier Krishna zurück, ja. Und dann schließt sich der ganze Kreis wieder. So, ganz lieben Dank. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Ja, jetzt kriege ich ganz tolle Gänsehaut und mir ist auch immer mega warm hier vor dem Licht und der Kamera, nicht wundern. Also, ich wünsche dir einen tollen Sonntag oder wann immer du dir das Video anhörst und ich wünsche dir, komm gut durch diese stürmischen Zeiten, lass es einfach zu, mach Inventur und dann auf in das Neue. Ja, danke. Namaste, bye bye, merci, I love you und hab einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.